Hallo und herzlich willkommen! Hier spricht Carlo Kandinsky, der Reporter vom Tierischen Rundfunk. Ich begrüße Sie zur Übertragung der großen Rallye rund um die Erde. Was für ein Drama! Sie haben einen Baum übersehen! Die Lokomotive hängt in der Baumkrone! Bringt er alle zusammen ins Ziel! Niemand hat verloren! Alle haben gewonnen! Er weiß keine Rolle! Klatsche! Machen Sie auf die Würze! Be Geräusche! Das ist toll! Sie sind zu fliehen! Das war's. Das war's. Das war's. 36. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Das war's. 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 Das war's.